Ja, schönen guten Morgen auch von mir an alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Schön euch zu sehen. Wir sind in Sprüche 21. Vers 2, jeder Weg eines Mannes ist gerade in seinen Augen, aber der, der die Herzen prüft, ist der Herr. Wir hatten diesen Spruch schon einmal in Kapitel 16, Vers 2, so ähnlich. Alle Wege eines Mannes sind lauter in seinen Augen, aber der, der die Geister prüft, ist der Herr. Gott wiederholt Dinge in seinem Wort, weil wir Wiederholung brauchen. Und das, was er uns hier sagt, ist die Art und Weise, wie wir unser eigenes Leben beurteilen. Jeder Weg eines Mannes, das ist ein typischer Ausdruck, der den Sprüchen immer wieder zu finden ist, dass unser Leben wie ein Weg ist. Man spricht ja auch von dem Lebensweg. Und der Mensch schaut sich seinen Lebensweg an und sagt, das ist doch ein gerader Weg. Habe ich ordentlich hingekriegt. Aber Gott sagt hier, Salomo sagt seinem Sohn, lass dich nicht täuschen. Gott ist derjenige, der das Leben des Menschen prüft, der der Richter ist über das Leben, der genau weiß, wie der Lebensweg tatsächlich ausgesehen hat, wie der Lebensweg tatsächlich aussieht. Wir nehmen noch einen anderen Vers dazu, den Vers 8. Gewunden ist der Weg des schuldbeladenen Mannes, der lautere aber, sein Tun ist gerade. Also hier werden die Wege eines Menschen unterschiedlich dargestellt. Es gibt gewundene Wege, die sich hin und her wenden und es gibt gerade Wege. Der Weg des schuldbeladenen Mannes ist gewunden. Hierzu ein Vers aus Jesaja 53, da sagt Gott, oder beziehungsweise der Prophet sagt es, Gott schenkt ihm diese Erkenntnis. Wir sind wie die Schafe irre gegangen, ein jeder auf seinem eigenen Weg. Die Schafe gehen hin und her und hin und her. So sind ihre Wege gewunden, nicht gerade. Der schuldbeladene Mensch, er wankt hin und her, hierhin und dorthin wendet er sich. Er sucht nach einem guten Weg, aber er findet ihn nicht. Derjenige aber, der den geraden Weg geht, er hat das Ziel vor Augen. Er weiß, wohin er geht. Er folgt einer Richtschnur. Er folgt einem Wegweiser. Er folgt seinem Hirten. Das Schaf, das zurückgekehrt ist unter die gute Hand des guten Hirten, wird geführt auf den geraden Weg. Ich finde es interessant, dass Jesus an einer Stelle wird gesagt im Lukas-Evangelium, dass er sein Angesicht straks auf Jerusalem gerichtet hatte. Er wusste, ich muss dort jetzt hingehen, das ist der Weg meines Vaters, den er mir zeigt. Ich muss dort hingehen. Und er wusste, was ihn erwartet. Leiden, Schmerzen, Hohn und Spott, der Tod. Und er hat es seinen Jüngern gesagt und sein bester Freund hat zu ihm gesagt, hör mal Jesus, das kann doch nicht der Wille Gottes sein. Geh nicht nach Jerusalem. Geh nicht diesen Weg. Wisst ihr, was Jesus ihm geantwortet hat? Geh hinter mich, Satan. Du willst nicht das, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Wisst ihr, Jesus wusste ganz genau, ich will die Wege meines Vaters gehen. Er hatte das Ziel vor Augen. Und das Ziel war Jerusalem. Das Ziel war sein Leiden und sein Sterben. Das Ziel war, der Wille Gottes in meinem Leben soll geschehen. Und er hat strax darauf zugesteuert. Sein Weg war gerade. Nicht gewunden. Nicht hin und her. Nicht abgelenkt. Er ist diesen geraden Weg bis zu Ende gegangen. Und er ist der Einzige, der diesen geraden Weg gegangen ist. Unsere Wege sind gewunden. Wenn wir zurückschauen, sehen wir, unser Weg führte hierhin, dorthin, aber nicht geradeaus auf dem Weg Gottes, auf den Willen Gottes ausgerichtet in unserem Leben. Jesus ging diesen Weg, wie gesagt, nach Jerusalem. Und er hat diesen Kampf gekämpft, den guten Kampf des Glaubens bis zu Ende. Denn nicht nur Petrus, sein bester Freund, hat versucht, ihn zu hindern, ihn abzulenken, diesen Weg zu Ende zu gehen, sondern vieles andere noch. Viele Versuchungen, viele Herausforderungen, viele Prüfungen, die ihn davon abbringen wollten, diesen geraden Weg bis zu Ende zu gehen. Aber Jesus hat sein Angesicht stark gemacht, sein Angesicht straks auf Jerusalem ausgerichtet und ist diesen Weg gegangen. Geschwister, die Zeit, dass wir gewundene Wege gegangen sind, ist genug. Es ist für uns an der Zeit, unser Angesicht straks auf Jerusalem zu richten, auf das Ziel unseres Lebens. Es ist Zeit, unser Leben ganz auszurichten an dem Willen Gottes. Und das heißt, ja, mit Jesus, an Jesus' Seite, ihm nachfolgen. Es heißt auch, durch Leiden hindurch zu gehen, um seinet Willen. Wenn wir uns zu ihm stellen, dann werden wir von starken Spöttern zu schwachen Verfolgten. So hat es der Mann am Kreuz erlebt. Er war derjenige, der am Anfang mitgespottet hat und dann ist er umgekehrt und hat sich zu dem gekreuzigten Jesus gestellt, der von allen verachtet war, den die Schuld aller Menschen getroffen hat, der sie für uns getragen hat. Und er hat sich zu ihm gestellt und hat sich an ihn gehängt, abgewandt von der großen Masse der anderen, die sich gegen Jesus gestellt haben. Wisst ihr, aber dieses Ziel, Jerusalem ist nicht nur der Tod, ist nicht nur das Opfer, was Jesus bringt, sondern es war auch die Auferstehung. die Auferstehung aus dem Tod, das Überwinden von Sünde und aller Macht der Finsternis. All das hat er angesteuert und hat er erreicht. Er hat überwunden. Er hat gesiegt. Und das will Gott auch mit unserem Leben tun. Er möchte, dass wir diesen geraden Weg gehen. Aber wenn wir uns prüfen, wenn wir zurückschauen, Geschwister, lasst uns das nicht so machen, wie es in Vers 2 steht. Wisst ihr, der Weg des Mannes, dessen Weg in seinen Augen gerade ist, ist der Weg der Selbstrechtfertigung. Es fängt meistens damit an, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass wir gar nicht begreifen, wie gewunden unsere Wege sind. Wie sehr wir von Schuld, wie sehr wir uns schuldig gemacht haben in unserem Leben. Wir sehen das gar nicht. Wir denken, ja, ich habe doch alles gut hingekriegt in meinem Leben. Das ist Blindheit. Diese Blindheit kommt oft aus dem Selbstbetrug. Wir schließen die Augen vor unserer eigenen Schuld. Wir sehen das gar nicht. Wir wollen es nicht sehen, deswegen sehen wir es nicht. Das ist der Selbstbetrug. Johannes sagt es. Wer sagt, ich habe nicht gesündigt, betrügt sich selbst. und er rechtfertigt sich selbst. Er sagt, ja, mein Weg ist der richtige gewesen. Es war gut, es war richtig so, wie ich gegangen bin. Es gibt auch noch einen anderen Weg dieses Selbstbetrugs, dieser Selbstrechtfertigung. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man plötzlich doch die Windungen und Wendungen des Lebens. Man sieht die Schuld. Aber ein weiterer Weg der Selbstrechtfertigung ist zu sagen, aber ich wollte immer das Richtige. Ich wollte immer das Gute. Ich wurde nur daran gehindert. Ich wurde nur hier hingezogen und dahin gezogen. Ja, wegen ihm, wegen ihr. Es ist nicht meine Schuld, dass mein Weg so gewunden ist, mein Lebensweg. Es ist die Schuld der anderen. ist ihr, das ist auch Selbstrechtfertigung. Wir sagen damit, an mir lag es nicht. Ich war immer richtig. In meinem Herzen habe ich immer den geraden Weg verfolgt. Das ist auch Selbstrechtfertigung. Wisst ihr, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir in das, dass wir an den Punkt kommen, wo wir wie Satan sagen, ja, das ist wahr, ich bin einen gewundenen Weg gegangen, aber das war richtig so. Ich bereue nichts. Dieser Satz fiel mir irgendwie gestern in der Vorbereitung ein. Ich bereue nichts. Hast du den schon mal gehört? Es gibt viele Lieder mit diesem Titel. Ja, ja, eine alte Chanson aus Frankreich. Edith Piaf hat 1960 gesungen. Non, je ne regrette rien. Ich bereue nichts. Sie hatte so ein kaputtes Leben. Sie stand eigentlich am Tor der Ewigkeit. Mit Krebs hat sie gekämpft. Aber wisst ihr, sie hat nicht die Rechtfertigung, die Hand ergriffen, die sich ihr ausgestreckt hat und gesagt hat, so verkommen, so kaputt, so heillos dein Leben auch sein mag. Ich reinige dich, ich rette dich da heraus, ich heile dich, ich mache dein Leben neu. Nein, sie hat dieses Wort Satans ergriffen. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. So traurig. Wisst ihr, das ist auch Selbstrechtfertigung. Wenn Menschen sagen, ja, da ist Schuld in meinem Leben. Ich habe vieles getan, was böse war, aber es war am Ende richtig so. Wisst ihr, dann werden wir zu Menschen, die Böses gut nennen. Und Gott sagt dazu in Jesaja, wer, wer Böses gut nennt. Das Böse in unserem Leben, das ist nicht gut. Das war nicht richtig. Die krummen Wege, die wir gegangen sind, waren nicht richtig. Unsere Haltung gegenüber unseren eigenen Weg sollte nicht sein eines Mannes, der in seinen eigenen Augen sagt, ja, mein Weg ist gerade. Mein Weg war gerade. Nein, wir sollten die Wahrheit Gottes anerkennen. So sagt Johannes, das ist im ersten Johannesbrief 1, sagt er auch, Wer sagt, dass er nicht gesündigt hat, der macht Gott zum Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Und wisst ihr, Gott sagt ja nicht zu uns, oder er sagt ja nicht etwas, um uns, er sagt uns diese Dinge nicht, um uns fertig zu machen. Er sagt uns aber die Wahrheit. Guck mal, dein Weg ist gewunden. Du bist ein schuldbeladener Mensch. Du hast viel Schuld auf dich geladen in deinem Leben. Aber komm her. Und das sagt er heute zu dir, zu mir. Komm her. Komm zu mir. Komm nach Hause. Kehre um. Tue Buße. Ja, bereue diesen Weg, den du gegangen bist und komm zurück zu mir. Ich kann dich reinigen. Ich kann dich heilen. Ich kann dir Vergebung geben. Ich kann dir ein neues Leben geben. Ich kann dich rechtfertigen. Ich kann dich zu einem Gerechten machen. Wisst ihr, und dann, sagt Gott, denjenigen, die zu ihm gekommen sind und diese Reinigung und diese Vergebung und diese Rechtfertigung empfangen haben, wisst ihr, was Gott zu ihnen sagt? Er sagt, alles in deinem Leben dient dazu, dass du das Ziel erreichst. Er rechtfertigt meinen Weg. Selbst, er macht sogar diese krummen Wege, die ich gegangen bin, er macht daraus am Ende was Gutes. Aber er lässt es nicht zu, dass ich es tue. Das ist Anmaßung, wenn ich selber meine eigenen Wege für gut erkläre. Aber Gott sagt, wenn du zu ihm kommst, selbst da, wo du in so große Not geraten bist, wo du so schuldig geworden bist, weißt du was, ich mache noch was Gutes draus, wenn du mich denn machen lässt. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Und dann singen wir nicht. Nein. Ich bereue nichts. Sondern wir singen, Halleluja, denn unser Gott ist gut. Er ist gnädig und barmherzig. Er hat sich meiner erbarmt. Er hat meine Sünde getragen. Er hat meine krummen Wege gerade gemacht. Lob und Dank sei ihm. Könnt ihr euch vorstellen, dass der verlorene Sohn nach Hause geht mit dem Lied auf den Lippen? Ich bereue nichts. Nein, gerade das hat ihn ja in die Schweinegrube gebracht. Und das war der entscheidende Punkt in der Schweinegrube, dass er zur Umkehr gekommen ist und gedacht hat, nein, das war nicht der richtige Weg. Ich weiß es, ich merke es, ich weiß, wo ich jetzt gelandet bin. Nein, das war nicht der richtige Weg. Wäre ich doch beim Vater geblieben. Und so kehrt er zurück. Und der Vater empfängt ihn mit offenen Armen. Und ja, am Ende war es gut, sogar, dass er weggelaufen ist. Aber nur, weil er zurückgekehrt ist. Nur, weil der Vater ihm Liebe und Gnade erwiesen hat und ihn gerechtfertigt hat und wieder unverdient gnädig angenommen hat als sein Kind. Dann hat am Ende alles Sinn gemacht. Vorher nicht. Wenn er mit Venenfahnen in den Untergang gegangen wäre, in der Schweinegrube, ich bereue nichts und vor Hunger krepiert. Da wird nichts draus. Und das sagt Gott uns hier auch durch sein Wort in Kapitel 21, Vers 4. Stolz der Augen und Hochmut des Herzens. Die Leuchte der Gottlosen ist Sünde. Stolz der Augen, Hochmut des Herzens, Aufgeblasenheit des Herzens. In Jesaja 2 sagt Gott an ganz zentraler Stelle, was er vorhat. Jesaja 2, Vers 11 sagt er, die stolzen Augen des Menschen werden erniedrigt. Und der Hochmut des Mannes wird gebeugt. Aber der Herr wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tag. Warum? Weil er wirklich, wahrhaftig gut ist. Weil er wirklich, wahrhaftig die Liebe ist. Weil in ihm nichts Böses, nichts Unreines ist. Und du kannst es sehen, du kannst es schmecken und fühlen an Jesus. Schau dir Jesus an. Er ist als Mensch hier, auf dieser Erde gewandelt. Da siehst du, wie gut er ist. Wie gnädig, wie barmherzig. Wie voller Liebe. An ihm ist kein Fehler. Deswegen wird er hoch erhaben sein. Vers 12, denn der Herr der Heerscharen hat sich einen Tag vorbehalten, über alles Hochmütige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt wird. All dieser Hochmut, diese Selbstgerechtigkeit des Menschen wird gebrochen werden. Spätestens an dem jüngsten Tag, an dem Tag des Gerichtes, wird der Hochmut des Menschen gebrochen werden. Aber was sagt das Wort auch? Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Wer ist der Demütige? Der erkennt und bekennt. Meine Wege sind gewunden. Ich habe Schuld auf mich geladen in meinem Leben. Ich brauche deine Vergebung, Vater. Bitte vergib mir. Reinige mich von meiner Schuld. Es sind diejenigen, die sagen, es gibt den einen Gerechten, der den geraden Weg gegangen ist. Sein Weg ist gerade. Es sind diejenigen, die sagen, Gott, du hast diesen Gerechten um meinet Willen am Kreuz elendlich verrecken lassen. Ich nehme dieses Opfer an. Ich nehme deinen Weg an. wie du meine Wege gerade machen willst. Ich nehme das an. Ich komme zu dir, Vater. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich vertraue dir. Das sind die Demütigen, denen Gnade geschenkt wird. Sie werden an diesem Tag nicht erniedrigt werden, weil der Stolz ihres Herzens, ihre stolzen Augen gebrochen sind, schon gedemütigt sind und zwar in der Selbstdemütigung, im Bekenntnis der Sünde, in der Umkehr und Buße. Lass uns zurückkehren in die Sprüche, Kapitel 21. Gerechtigkeit und Recht üben ist dem Herrn lieber als Schlachtopfer. Wir Menschen, wir denken, dass göttliche Gott wir müssen es beeinflussen, wir müssen es beeindrucken, wir müssen etwas tun, um das Wohlgefallen Gottes zu erringen. Der Weg der Religion, religiöse Handlungen, religiöse Rituale, wir müssen etwas Religiöses tun, etwas Religiöses machen, dann werden wir Gott irgendwie günstig stimmen, beeinflussen. Gott sagt aber, das beeinflusst oder das beeindruckt mich überhaupt nicht. Euer ganzer religiöser Schnickschnack beeinflusst mich und beeindruckt mich überhaupt nicht. Wisst ihr, woran Gott Freude hat? Wenn wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und was heißt das? Das heißt, dass sein Wesen, sein Charakter in uns sichtbar wird. Wenn wir uns als seine Kinder erweisen, was wir eigentlich sind, wozu wir geschaffen worden sind, wenn das in unserem Leben sichtbar wird, dann freut sich Gott. Wenn wir einander lieben, dann freut sich der Vater. Das ist bei uns zu Hause auch so. Wenn meine Kinder untereinander freundlich sind, liebevoll, sich helfen, sich gegenseitig Gutes tun, das erfreut mein Herz. Wenn aber meine Kinder versuchen, mich durch irgendwelche Geschenke oder sonst wie zu bestechen, dann kriege ich das Kotzen. So ist der Vater im Himmel. Wisst ihr? Und das hat er in vielen Punkten gesagt. Mir ist dazu eingefallen, zum Beispiel Jesaja 58, da sagt Gott zum Volk Israel, ihr fastet. Ihr haltet das Fasten. Es ist ja jetzt Fastenzeit. Ich weiß nicht, wer fastet. Fasten ist nichts Schlimmes, es ist nichts Falsches an sich. Aber Gott sagt, wisst ihr, was für mich ein wirklich wahres Fasten ist? Wenn ihr barmherzig seid. Wenn ihr Gutes tut, wenn ihr diejenigen, die in Not sind, segnet, wenn ihr euch um die kümmert, die hungrig sind und ihnen Brot gebt. Wenn ihr meine Liebe auslebt, das ist für mich ein wahres Fasten. Er sagt es auch in Matthäus 5, sagt Jesus, wenn du auf dem Weg bist, in den Tempel, um ein Schlachtopfer darzubringen und dir fällt ein, dass du, dass dein Bruder irgendwas gegen dich hat, dein Nächster, dann lass es. Dann geh nicht zum Schlachtopfer, dann geh nicht zum Tempel, um deine religiösen Rituale durchzuführen, sondern tu das als erstes, was mir wichtiger ist, was mir am Herzen liegt, nämlich dich versöhnen mit deinem Bruder. Das sind die Prioritäten Gottes und das sollten unsere Prioritäten sein. Gerechtigkeit und Recht üben ist dem Herrn lieber als Schlachtopfer. Vers 5 in Kapitel 21 von den Sprüchen Die Pläne des Fleißigen führen nur zum Gewinn, aber jeder, der hastig ist, erreicht nur Mangel. Hier werden Fleiß und Hast gegenübergestellt. Interessant, finde ich interessant. Fleißig sein heißt nicht eilig zu sein, hastig zu sein. Fleißig zu sein heißt eher geduldig zu sein, ausdauernd zu sein. Der Hastige, der schnell den schnellen Gewinn sucht, der wird am Ende Verlust haben. Derjenige wird Gewinn haben, der geduldig dran bleibt. Hier wird der schnelle Erfolg kritisiert. Das organische Wachstum, das organische, der organische Gewinn, ja das ist was Gutes, aber der exponentielle, wo es ganz schnell in die Höhe schießt, vergiss es. Ja, wir sind zur Geduld gerufen, auch jetzt in der Pandemie, das ist doch was Wunderbares, wir dürfen Geduld lernen, geduldig zu sein. Wir wollen aber schnellen Erfolg haben, wir wollen jetzt fertig werden, wir wollen jetzt wieder feiern gehen, wir wollen jetzt irgendwas auf die Beine stellen. Ich sage euch, Gott sagt, spricht durch diese Dinge zu uns und sagt, langsam, langsam, bleib ruhig. Vers 6, Erwerb von Schätzen durch eine lügnerische Zunge ist wie verwehter Dunst, eine Falle des Todes. Ja, wer schnellen Gewinn will, der neigt auch dazu zu betrügen. das schnelle Geld kannst du oft nur durch Betrug erlangen. Aber Gottes Wort zeigt uns, es ist eine Falle. Es blitzt und es glitzert und glänzt. Ja, du kannst es haben. Es geht nur über den Weg des Betruges. Egal, du kannst es haben. aber am Ende geht das Böse aus. Denn, in Vers 7, die Gewalttat der Gottlosen reißt sie mit weg, denn sie weigern sich, das Rechte zu tun. Wie oft ist es, dass ein Mensch Böses plant und ausführt und am Ende davon selbst getroffen wird. Am Ende ereilt ihn das Unglück. Es bleibt nicht verborgen. Ein Übeltäter denkt immer, ja, es könnte ja so sein, dass meine Übeltat, meine Tricksereien, dass sie verborgen bleiben. Und dann habe ich Gewinn am Ende. Aber es ist nicht so. Es wird offenbar. Und wenn es nicht in dieser Zeit offenbar wird, so wird es vor dem Thron Gottes offenbar. Ich finde es gut, dass die Politiker aufgeflogen sind, die jetzt ihre Kohle gemacht haben in der Pandemie. Ich finde es gut. Ich finde es gut, dass sie jetzt beschämt dastehen. Das ist richtig so. Und es zeigt, derjenige, der irgendwie versucht, sich in die eigene Tasche zu arbeiten, obwohl er doch Verantwortung trägt für andere, am Ende, früher oder später kriegen wir dich. Vers 8 hatten wir schon. Vers 9 Besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Wir haben in dem Buch der Sprüche mehrere Verse, wo es um Frauen geht. Manche Frauen sagen, das ist frauenfeindlich, patriarchalisch, was weiß ich. Wisst ihr, die Sprüche enthalten sehr wunderbare, schöne Verse über Frauen und regelrecht ein Hymnus an die Frau am Ende des Buches der Sprüche. Es gibt Positives und Negatives über Frauen zu sagen, wie auch Positives und Negatives über Männer. Es wird sehr viel Negatives in den Sprüchen über Männer gesagt. Gott ist einfach aufrichtig mit uns. Wisst ihr, die zänkische Frau, das ist nicht ein Klischee, sondern es ist leider Gottes hier und da, ich sage nicht überall, aber hier und da ist es Realität. Eine Frau, die immer meckert, die ständig Streit und Zank anfängt. Und da muss sich jede selber prüfen, wenn ich so eine zänkische Frau Zank und Streitsucht ist ein Werk des Fleisches, kommt aus dem Fleisch heraus und unser Fleisch möchte die Herrschaft haben im Leben. Und in einer Ehe kann es so oft geschehen, man kommt an seine Grenzen. Wenn ich alleine lebe, dann kann ich alleine mein Leben bestimmen. Für jeden Menschen, der hier alleine lebt, ein Single ist, der vielleicht unglaublich traurig und deprimiert ist, dass er alleine lebt, sagen alle Verheirateten hier, du hast es gut, du kannst dein Leben ganz alleine bestimmen. Ich muss ständig Rücksicht nehmen auf meine Frau. Na gut, und der Single sagt, du hast gut reden, du kennst nicht die Einsamkeit, du kennst nicht die ganze Not, was es mit sich bringt, alleine zu sein, keinen Helfer an der Seite zu haben, keinen Ratgeber, kein Ermutiger und so weiter und so weiter. So ist immer das Grasgrüner beim Nachbarn. Aber Singles, lasst es euch gesagt sein, es gibt Männer und es gibt auch in den Sprüchen das Wort von dem zänkischen Mann, also es kann auch andersrum sein, es gibt auch Frauen, die lieber sich am liebsten danach sehnen, in ihr Dachzimmer alleine sich zurückzuziehen, als ständig mit diesem streitsüchtigen Ehepartner sich abkämpfen zu müssen. Gott hat es gut gedacht, er hat uns dazu gemacht, dass wir eine Hilfe sind, dass die Frau eine Hilfe für ihren Mann ist, eine Ermutigung, eine Unterstützung, eine Stärkung, ja manchmal vielleicht auch eine Korrektur zum Guten, aber nicht, damit sie Herrschaft ausübt. Und das steckt oft dahinter, hinter der Streitsucht, diese Hilflosigkeit der Frau, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie das möchte, wie sie sich das wünscht, wie sie sich, wo sie sich nachsehnt. Und dann fängt sich Streit an. Das Fleisch muss gekreuzigt werden. Wisst ihr, wir haben keinen Grund, wir können uns nicht entschuldigen, wir können nicht sagen, wie vorhin gesagt, ich streite immer mit meinem Mann, aber er bringt mich ja auch immer dazu. An Jesus sehen wir, dass wir keine Entschuldigung haben. Wir können nicht sagen, nur weil er oder weil sie sich so verhält, bin ich so, reagiere ich so, handle ich so. Nein, Jesus hat am Kreuz diejenigen, die ihn aufs Übelste beschimpft und verspottet haben, er hat sie gesegnet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat geliebt, wo er fertig gemacht wurde. Deswegen, wir müssen uns ausstrecken, als Kinder Gottes, wir müssen uns ausstrecken, nach dieser Kraft der Liebe, die das Böse mit Gutem überwindet. Wir müssen suchen nach Weisheit, dass Gott uns Weisheit schenkt, wie wir das im Einzelnen ausüben können. Also Schwestern, lasst euch ermutigen, Gott kann euren Mangel aufhelfen und euch dazu befähigen, dieses fleischliche Wesen zu überwinden, abzulegen, um ein Segen für euren Mann zu sein, dass er sich nicht am liebsten ins Dachzimmer verkriecht oder im Keller oder sonst wo. Dabei belassen wir es. Weiter geht's. Vers 10. Die Seele des Gottlosen giert nach Bösem, keine Gnade findet bei ihm sein Nächster. Wisst ihr, der Böse ist gnadenlos. Der Teufel ist gnadenlos. Er kennt keine Gnade. Er lockt uns, er verführt uns mit falschen Versprechungen, aber am Ende ist er gnadenlos, kennt keine Gnade. aber Gott ist voller Gnade, voller Barmherzigkeit und er möchte auch so sehr, dass er möchte uns so gerne mit seiner Gnade beschenken und er möchte so gerne, dass diese Gnade unser Leben völlig auf den Kopf stellt und völlig neu macht, sodass auch wir Teil dieser Menschen sind, dieser Menschheit sind, die er geschaffen hat zur Gnade, dass sie untereinander Gnade üben. Dein Nächster sollte immer Gnade finden bei dir, weil du Gnade bei Gott gefunden hast. Vers 11, wenn man dem Spötter Geldbuße auferlegt, dann wird er einfältige Weise und wenn man den Weisen belehrt, nimmt er Erkenntnis an. Das hatten wir auch schon in Kapitel 19, Vers 25 so ähnlich. Letztendlich geht es darum, dass es ist gut, wenn einer bestraft wird, der ein Übeltäter ist, der ein Spötter ist und daran können junge, unerfahrene Menschen weise werden. Sie können sich ein Beispiel nehmen. Unerfahrene Leute können merken, sehen, was dabei rauskommt, wenn man die gewundenen Wege gehen und sie sind gewarnt davor und wenn sie klug sind, dann werden sie nicht die gleichen Wege gehen. Wenn man den Weisen belehrt, nimmt er Erkenntnis an. Er braucht kein negatives Beispiel. Ihm reicht schon das positive Beispiel. Man muss nicht jeden Fehler selber machen. Man kann auch aus den Fehlern anderer lernen. Das ist das, was Gott sagt. Mancher würde das anders sagen. Mancher würde sagen, das geht nicht. Doch, das geht. Weisheit ist zu finden, wenn du darauf achtest, wie die Wege von Menschen verlaufen, von Übeltätern und von denen, die gerade Wege gehen. Weiter geht's in Vers 12. Ein Gerechter hat Acht auf das Haus des Gottlosen. Er stürzt die Gottlosen ins Unglück. Das kann missverstanden werden. Ich bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass hier das Wort Er in der zweiten Vershälfte nicht der Gerechte ist, sondern dass hier Gott eigentlich eingefügt werden muss, sonst würde es keinen Sinn machen. Ein Gerechter hat Acht auf das Haus des Gottlosen. Gott stürzt die Gottlosen ins Unglück. Das bedeutet, als Gerechter kann ich mir den Weg des Gottlosen anschauen und am Ende werde ich sehen, ja, der Weg des Gottlosen führt ins Unglück. Gott führt den Weg des Gottlosen ins Unglück. Vers 13 Wer sein Ohr verstopft vor dem Hilfeschrei des Geringen, auch er wird einst rufen und keine Antwort erhalten. Jakobus hat diesen Vers auch aufgegriffen. Jakobus 2 Vers 13 steht Das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert aber über das Gericht. Jesus hat das auch gesagt Matthäus 25 Er stellt uns den Gerichtstag vor in einer Geschichte sozusagen und er spricht von einer Herde von Tieren und da gibt es die Schafe und da gibt es die Böcke und die trennt er und zu den Schafen spricht er ihr Gesegneten des Herrn aber zu den anderen in Vers 41 sagt er geht von mir verfluchte in das ewige Feuer das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln denn mich hungerte und ihr gab mir nicht zu essen mich dürstete und ihr gab mir nicht zu trinken ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf ich war nackt und ihr bekleidetet mich nicht krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht dann werden auch sie antworten und sagen Herr das sind jetzt keine Ungläubigen sie sagen Herr Jesus hat gesagt viele es gibt Menschen die sagen Herr Herr aber sie kommen nicht ins Himmelreich weil sie nicht den Willen des Vaters getan haben Herr wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient dann wird er ihnen antworten und sagen wahrlich ich sage euch was ihr in einem dieser geringsten nicht getan habt habt ihr auch mir nicht getan so sehr identifiziert sich Gott mit den schwachen dieser Welt dass er sagt wenn du diesem meinem Kind nicht geholfen hast hast du mir nicht geholfen dafür sendet Gott seine Barmherzigkeit und Liebe in unser Herz dafür gießt er seine Liebe aus in unsere Herzen dass wir verwandelt werden in sein Ebenbild dass wir ihm ähnlich werden so wie die Jahreslosung heißt werdet barmherzig wie euer Vater im Himmel barmherzig ist wenn das wenn die Liebe Gottes in mir keine Resonanz auslöst dann sagt Gott da kann ich nichts mit anfangen da habe ich keinen Anteil dran wenn du nur nimmst 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 aber nicht zu einem Kanal der Liebe Gottes dich umgestalten lässt wenn du bockig bist und hier sind es die Böcke wenn du bockig bist und widerstrebst und Widerstand leistest und es nicht zulässt dass die Liebe Gottes dich verwandelt dann gehörst du nicht dazu er sagt es auch in Matthäus 18 da geht es um das Thema Vergebung im Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht er sagt da ist ein Knecht sein König hat ihm so viel vergeben er hatte so unermesslich hohe Schulden er hätte das nie zurück zahlen können und sein Herr hat es ihm von einen Augenblick auf den anderen alles erlassen die ganze Schuld völlig vergeben ein ganzer gewundener Weg er wurde begradigt und und dann wie geht es weiter er trifft einen ey du schuldst mir doch was ja ich kann es jetzt gerade nicht bezahlen aber ich will es dir alles bezahlen bitte hab noch ein bisschen Geduld mit mir ne jetzt und sofort sonst kommst er ins Gefängnis und Jesus sagt in dem Gleichnis der König wird diesen unbarmherzigen Knecht ausstoßen er wird ihn es fühlen lassen er wird es diese Schmerzen fühlen was es heißt unbarmherzig zu sein er hat Barmherzigkeit empfangen aber hat sie nicht weitergegeben an seinen Mitknecht wie kann man nur sagt Gott das geht nicht deswegen wer sein Ohr verstopft vor dem Hilfeschrei des Geringen auch er wird einst rufen und keine Antwort erhalten eine Gabe im Verborgenen wendet Zorn ab und ein Geschenk im Gewandbausch heftigen Grimm wisst ihr wir brauchen Weisheit wenn wir es mit Menschen zu tun haben die zornig sind die vielleicht zu Recht zornig sind dass Gott uns Weisheit gibt wie wir durch Freundlichkeit durch Liebe ja vielleicht ein Geschenk im Verborgenen ohne dass derjenige weiß woher es kommt dass er abgewandt wird von seinen Zorn und zur Dankbarkeit Gott gegenüber hingeführt wird Vers 15 Freude ist es für den Gerechten wenn Recht geschieht Schrecken aber für die Übeltäter wie gesagt ich freue mich dass solche Machenschaften auffliegen und dass Ungerechte auch bestraft werden für ihre Ungerechtigkeit Ich freue mich auf den Tag wenn Jesus wiederkommt und das Reich Gottes aufgerichtet wird wo Jesus in Gerechtigkeit regiert wo keine Ungerechtigkeit wuchern kann im Verborgenen Ich freue mich wenn diese fiesen Missetaten aufgedeckt werden diese ganzen schlimmen Dinge in unserem Land die so abgehen Kindesmissbrauch Ich freue mich jeder Gerechte freut sich darüber Schrecken aber für die Übeltäter Vers 16 Ein Mensch der von dem Weg der Einsicht abirrt wird ruhen in der Versammlung der Schatten Ganz klare Sache Der Mensch der von dem Weg der Einsicht abirrt der auf diese gewundenen Wege geht er wird am Ende nicht ans Ziel gelangen sondern ins Verderben rennen Dem Mangel verfällt wer Festfreude liebt wer Wein und Öl liebt wird nicht reich Gott sagt hier hat nichts dagegen dass wir uns freuen er hat nichts dagegen dass wir ein Fest feiern Jesus ist auch zu einer Hochzeit gegangen und hatte Spaß dabei und hatte Freude ja und er hat sogar den Wein aus Wasser Wein gemacht damit noch mehr zu trinken da ist was man genießen kann das Öl womit man sich salbt also Schönheits pflege Gott hat nichts dagegen aber er hat was dagegen wenn wir unser Herz dran hängen denn das zerstört uns wenn wir es unsere Freude sein lassen von Wochenende zu Wochenende zu leben Party 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 Wann Wann ist die nächste Party Wann ist die nächste Party Wenn wir nicht genug kriegen von Alkohol oder auch von Kosmetik dann wirst du am Ende arm dann kannst du viel Geld reinsetzen und hast am Ende nichts mehr zerrennt dir alles zwischen den Fingern Nein Gott möchte dass wir Maß halten lernen dass wir genügsam sind dass wir das Gute genießen aber es auch ertragen können wenn dann wir wieder nicht so viel haben wir lesen weiter Vers 18 Lösegeld für den Gerechten ist der Gottlose und an die Stelle der aufrichtigen tritt der Treulose ein bisschen schwer zu verstehen dieser Vers ich habe es mal so versucht zu übersetzen der Gerechte der geht in dieser Welt einen schweren Weg er ist oft der unterdrückte so haben wir es in den Seligpreisungen die Peter am Anfang vorgelesen hat gesehen es sind diejenigen die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten es sind diejenigen die oft trauern weil es so furchtbar ist in dieser Welt es sind diejenigen die verfolgt werden um seines Namens willen von wem werden sie verfolgt von den Reichen von den Starken von den Mächtigen von denen die es drauf haben von denen die in dieser Welt erfolgreich sind mit ihren Ellbogen die sich selbst die Nächsten sind und dann sagt Gott dieser arme Gerechte der im Gefängnis ist der unterdrückt ist er soll befreit werden er soll herausgekauft werden an seine Stelle packe ich den der gottlos sein Leben geführt hat so ist der vers hier meiner Ansicht nach zu verstehen an die Stelle der aufrichtigen tritt der Treulose besser ist es im Land der Wüste zu wohnen als eine zänkische Frau und verdruss zu haben hier haben wir es nochmal haben wir was zugesagt schon brauchen wir nicht noch was zu sagen Vers 20 ein begehrenswerter Schatz und Öl ist an der Wohnstätte des Weisen ein törichter Mensch aber verschlingt es hier nochmal wie in Vers 17 das Gute was Gott schenkt Gott schenkt Gutes er schenkt Reichtum er schenkt uns Dinge die wir genießen können aber wenn du es nimmst und in dich reinfrisst wenn du es verschlingst dann bleibt der Reichtum nicht nein dann ist am Ende nur noch Mangel da und mit Vers 21 wollen wir schließen wer der Gerechtigkeit und Gnade nachjagt findet Leben Gerechtigkeit und Ehre Gerechtigkeit nachjagen und Gnade wisst ihr nachjagen wo tun wir das die Kinder tun das im Spiel auf dem Schulhof jetzt im Moment nicht aber sonst so normalerweise spielen sie fangen sie spielen Räuber und Gendarmen sie jagen einander nach wisst ihr und diese Art des Nachjagens die du ja auch im Sport kennst was weiß ich im Fußball oder auch in allen möglichen anderen Sportarten beim Rennen beim Laufen oder sonst beim Fahrradfahren keine Ahnung wofür du dich interessierst nachjagen ich kenne das vom Fußball ich habe früher gerne Fußball gespielt ich weiß nicht ob ich überhaupt noch Fußball spielen kann jetzt mittlerweile habe ich wahrscheinlich schon verlernt der Körper macht auch nicht mehr so mit wie damals aber dem Ball nachjagen so mit wirklich und das ist wie wie am Anfang gesagt Jesus hat sein Angesicht strax auf Jerusalem gerichtet dem Willen Gottes nachjagen das ist mein Ziel ich lasse mich von nichts abbringen wir sollen der Gerechtigkeit nachjagen Paulus sagt es auch in 1. Timotheus 6 Vers 11 er sagt es gibt Menschen die jagen dem Geld nach auf diese Art und Weise aber du sollst es nicht machen Timotheus sagt Paulus du aber Mensch Gottes 1. Timotheus 6 Vers 11 du aber Mensch Mensch Gottes fliehe diese Dinge strebe aber nach Gerechtigkeit Gottes Furcht Glauben Liebe Ausharren strebe danach dass du geduldig wirst Sanftmut kämpfe den guten Kampf des Glaubens ergreife das ewige Leben zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen als du getauft wurdest hast du das bekannt und jetzt jage dem nach kämpfe den Kampf dass das in deinem Leben verwirklicht wird Gottes Liebe Gottes Charakter in deinem eigenen Charakter wieder Heil findet kämpfe diesen Kampf strebe danach jage dem nach aber mit der richtigen Haltung mit der richtigen Gesinnung und mit diesen Versen wollen wir schließen in Römer 9 Vers 30 was sollen wir nun sagen sagt Paulus die Nationen die Völker die anderen Völker nicht Israel sondern die anderen Völker die nicht nach Gerechtigkeit strebten haben Gerechtigkeit erlangt eine Gerechtigkeit aber die aus Glauben ist Israel aber das Volk Gottes das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte ist nicht zum Gesetz gelangt also hier scheint es genau umgekehrt zu sein hier sind Menschen die nicht der Gerechtigkeit nachgejagt haben und sie haben von Gott Gerechtigkeit empfangen andere die danach gestrebt haben haben es nicht erlangt warum fragt Paulus weil es nicht aus Glauben sondern als aus Werken geschah was heißt das es bedeutet dass Gott die Sache so sieht ein gerechter zu sein erlangst du nicht dadurch dass du gerechte Werke tust denn deine gerechten Werke reichen nie aus du wirst nie ein gerechter werden du kannst deine eigenen Wege nicht gerade machen sie bleiben krumm du kannst dich mühen du kannst dich anstrengen ja du kannst viele gute Werke tun aber am Ende bist du kein gerechter und erlangst keine gerechtigkeit ein gerechter zu sein erlangst du vor Gott nur dadurch dass du an den einzig wahren gerechten glaubst hier steht siehe ich lege ein in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Strauchelns und wer an ihn glaubt wird nicht zu Schanden werden er ist ein Stein des Anstoßes für jeden Selbstgerechten So heißt es hier auch weiter dann in Kapitel 10 Vers 3 Sie erkannten die denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen die Gerechtigkeit Gottes besteht darin an den zu glauben der gerecht ist an Jesus Christus und dann wirst du der Gerechtigkeit nachjagen nicht um ein gerechter zu sein sondern weil du ein gerechter geworden bist durch Jesus weil die Kraft des Heiligen Geistes in dir ist und dich umgestaltet er treibt dich dazu der Gerechtigkeit nachzujagen das ist die richtige Art und Weise das ist die Art und Weise des Glaubens im Glauben der Gerechtigkeit nachzujagen der Gerechtigkeit und der Gnade dann wirst du auch Leben Gerechtigkeit und Ehre empfangen Amen Amen